Die Zielzone sogar überschritten, das ist die Überschrift im Thumbail. Also, ich war super stolz am Mittwoch, dass wir genau hier dran gelaufen sind, an diese ehemalige Unterstützung, jetzt wieder stand ich, wow, auf den Punkt getroffen. Dann geht er am nächsten Tag sogar über die 20-Tage-Linie. Das war auch noch im Möglichen, genauso wie dieser ganze scharfierte Bereich inklusive dieses Gaps hier. Dass der da jetzt noch drüber springt, das habe ich so nicht erwartet. Ich bin 10% Short hier bei der 18.000, habe noch ein bisschen was draufgelegt bei der 18.000, was war denn das, das war glaube ich 18.030 oder sowas, aber bin jetzt nicht bereit im Moment mehr zu machen, denn ich habe keinerlei Verkaufssignal. Das sieht hier alles noch in Ordnung aus, über den Trendfolger, über die Stochastik. Widerstände habe ich nur, also einen, da muss ich mich aber schon sehr fantasiereich anstrengen, über diese Linie hier, über das All-Time-High gezogen. Da sind wir bei 18.700, aber ja, es gibt auch dieses Gap hier, bei 18.500. Ich habe die ganzen Fibos rausgenommen, weil die für mich keine Bewandtnis mehr haben. Ich bin überrascht. Ich hatte gestern Abend einen Schüler aus Sachsen und wir haben das dann so interpretiert, er hat mir gesagt, doch gar im Geschlischen Wind, Dijon. Ja, erst mal so langsam hoch und dann springt er ab. Ich habe so gelacht, weil ich liebe diesen Akzent, finde ich ganz großartig. Ja, aber tatsächlich, hier ist nichts. Ja, also auch bei den kürzeren Zeiteinheiten, ich habe diesen hoch, diesen heiß, ja, aber ich habe kein Verkaufssignal. Ich darf mich hier nicht nennenswert dagegenstellen. Ich mache erst wieder Putz und zwar sind das 18.000er auf dem Juni nächsten Jahres, also normale Putz, keine K.O.s. Das mache ich erst, wenn ich ein Verkaufssignal kriege und ich habe keins. Ansonsten stört mich das jetzt erstmal nicht. Die Woller war bei 16.1, kann ich mit Leben, die Position kann ich noch ein paar Wochen halten. Stört mich nicht so sehr. Ich musste die Scheine ein bisschen durchmischen, stelle ich euch hier schon mal hin. Aber nochmal, es ist, ich glaube, für viele überraschend gewesen, dass wir jetzt hier 1.300 Punkte machen innerhalb von diesen, das ist ganz grob, 10 Tagen. Das habe ich auch nicht erwartet. Wie gesagt, die schraffierte Linie ja, aber nicht, dass er da deutlicher drüber springt. Das hier ist ja irgendwo, das ist also die 18.100, dass er da nochmal 220 Punkte drüber legt. Respekt. Also ich halte mich hier ein bisschen zurück. Wie gesagt, ich bin Kleinigkeiten-Short und ich habe auch verschiedene kleine Aktien. Also hier und da keine Aktienpositionen, immer noch VW und die sind heiliger Scheiße. Endlich mal gestiegen. Sogar die Bayer sind heute mal gestiegen. Soll man sich vorstellen, dass ich das noch erleben darf. Ich bin 59, die Bayer steigen 10%. Ich glaube, das ist der höchste Anstieg seit, weiß nicht, 1964. Ich übertreibe. Aber das ist erstaunlich, dass die mal 10% steigen. Aber die News sind ja auch dementsprechend. Ich kann hier oben nichts kaufen, aber zum Short gehen habe ich keinen Grund, keinen Beweis, keinen Anlass. Außer dem Busy, was ich da jetzt habe. Aber der kann tatsächlich dieses Gap hier auch noch ausfüllen bei 18.500. Lasst ihn laufen. Der Markt handelt für. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bye, bye. Bye, bye.